Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Build. Heute den Mark III Valentine von ESCI in 1 zu 72. Ein ziemlich alter Bausatz, der auch später von Italeri übernommen wird und ich glaube auch so von denen noch zu bekommen ist. Wo wir uns das Paket mal angucken. Also wir haben eine Anleitung und ein paar Teile. Dazu gibt es noch ein paar Decals. Naja, ein bisschen älter, aber die sollten noch brauchbar sein. Aber gucken wir uns die Teile jetzt erstmal im Detail genauer an. So, packen wir das Ganze am besten mal aus. Hier ist auch noch schön zu sehen, made in Italy, also noch ein wirklich italieniges Teil. So, kommt mal raus jetzt hier. Wir haben insgesamt jetzt drei Gussäste, zwei normale und einen silbernen und der silberne ist für die Ketten. Fangen wir mal mit den Laufräumen an. Die sehen an und für sich ganz gut aus. Der Detailgrad ist ausgeprägt und ich denke, den kann man auch gut bemalen hinterher. Dann das obere Teil von der Wanne. Das sieht auch noch sehr brauchbar aus. Ein bisschen flasht an, aber das sollte gehen. So wie dann noch die anderen Teile, die alle eigentlich die komplette Wanne bilden. Der zweite Ast, das ist der Turm. So, auch ganz nett. Ein bisschen flasht an, alles ein bisschen grob. Aber eine Figur dabei, die aber leider nicht so besonders gut aussieht. Also ich denke nicht, dass ich die benutzen werde, weil die einfach zu grobkörnig ist. Zuletzt haben wir die Ketten. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Schön ausgearbeitete, schöne Struktur. Die sollten gut verbaubar sein. Werfen wir mal einen Blick in die Anleitung. Also es fängt eigentlich wie immer an mit dem Laufrollen zusammenbauen. Ein bisschen aufwendiger. Ist aber diese typische Wellenthalenstruktur. Danach kommen die Ketten drum, auf beiden Seiten. Und dann wird das Ganze an die untere Wanne montiert. Die Oberteile kommen drauf, mit noch ein bisschen Kleinkram. Ja, dann die Rückseite quasi. Die Heckklappen und alles wird aufgesetzt. Und der Turm wird gebaut. Schön dargestellt. Man kann auch ein Innenleben bauen. Zuletzt wird alles draufgesteckt. Und schon haben wir einen fertigen Panzer, den wir so bemalen können. Aber ich glaube, da werde ich mir eine andere Variante zu suchen, als die, die jetzt hier auf dem Beispielbild ist. Es geht los mit Schritt 1. Die entsprechenden Teile habe ich mir schon mal rausgelöst. Und die werde ich jetzt versuchen zusammenzubringen. Auch wenn das Teil ein bisschen schief ist. Naja, das wird schon funktionieren irgendwie. Dafür benutze ich wieder den Extra-Tin. Der trocknet schnell und ist für so Kettenlaufarbeiten eigentlich ideal geeignet. Es war etwas friedlich, aber jetzt passt es. Und man kann hinten sogar noch das Zahnrad drehen. Und das macht es bestimmt bei der Montage noch ein bisschen einfacher. Als letztes klebe ich jetzt noch die unteren Rollen dran, damit das Ganze auch komplett ist. Das Ganze ist zusammengebaut. Die Ausrichtung ist ein bisschen schwieriger, dass das gerade hinzukriegen ist. Aber ich glaube, so geht es. Und diesen spaßigen Schritt mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. So, die sind dran. Als nächstes soll man die Ketten montieren. Aber ich mache das immer erst, wenn ich das in den Rahmen geklebt habe. Ich finde, es ist einfach einfacher, weil man kann es besser anfassen. Und deswegen habe ich es auch direkt schon mal so zusammengeklebt, bevor ich dann jetzt die Ketten dran mache. Aber was man sieht, es ist nicht ganz gerade. Also die Passgenauigkeit lässt dann hier auch ein bisschen zu wünschen übrig. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Ganze irgendwie ausgeglichen bekomme. Was ich jetzt auch noch gesehen habe, also wenn ich das Oberteil mal drauf gesetzt, das passt auch nicht so hundertprozentig. Also es entsteht ein Spalt, entweder vorne oder hinten. Da muss ich mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege, dass es nicht ganz so bescheuert aussieht. Machen wir aber erst mal mit den Ketten weiter. Wir sehen hier, was wir für Teile brauchen. Also vier von den kleinen da, vier von den kleinen da und nochmal ein kleines weiteres Teil. Weil es passt platzmäßig, also es sind sogar noch vier extra pro Seite und ich denke, da werden wir bestimmt auch mindestens zwei von brauchen, damit das schön eine Rundung gibt. Weil ich habe irgendwie bis jetzt noch nie geschafft, das in der vorgegebenen Menge an Teilen hier hinzubekommen. Ich fange wie immer oben an mit dem Teil. Da ist mein Schlusspunkt und beginne dann vorne mit der Rundung. So, da haben wir die Rundung. Also das sieht ganz okay aus. Hat dann auch wieder ein Teil mehr gebraucht. Und wichtig ist halt, dass es von dieser Rundung passt, dass es realistisch aussieht und nicht irgendwie so kantig. Aber so passt das schon mal ganz gut, auch wenn es nicht so hundertprozentig gerade ist. Einmal drumherum alles. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, die Glideaufräumen, die waren leider nicht ganz gerade, aber es macht doch was her und ich denke, so kann man es lassen. So, ich habe noch ein Teil übrig, also ich habe sogar noch mehr gebraucht. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal auf der anderen Seite machen. Das wäre es. Die andere Seite ist auch drauf. Die Rundung, finde ich, ist auf beiden ganz gut geworden. Nur hier sieht man ein bisschen, da stehen die Räder auch noch was hoch. Also es ist nicht so perfekt und es ist auch noch ein bisschen schief. Ich muss mal gucken, wenn ich das Oberteil anbringe, ob ich es gerade kriege. Aber naja, es ist ein alter Bausatz und die Passgenauigkeit ist leider hier nicht so begeben. Wenn man es so da drauf macht, dann sieht man es auch nochmal gut. Einmal sind die Ketten was schief und ich habe diesen Spalt. Den muss ich jetzt irgendwie mal versuchen, da rauszubekommen. Etwas schieben und drücken später habe ich mich zu erschlossen. Ich mache es vorne bündig und hinten ist leider ein kleiner Spalt entstanden. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie zugespachtelt kriege oder nicht mehr so auffällig, den zu sehen habe. Sowie dann auch nochmal das Teil irgendwie gerade zu bekommen. Also es ist nicht der idealste Bausatz, das kann man jetzt schon mal sagen, wo man jetzt die Hauptschritte quasi gemacht hat. Wir widmen uns jetzt ein bisschen der oberen Wanne. Da habe ich mir schon ein paar Teile rausgesucht. Und zwar einmal dieses vordere Mittelteil und die beiden Klappen. Das vordere Mittelteil hatte eine Ausbruchte, die da rein sollte, hat aber natürlich nicht gepasst. Da habe ich es einfach kurzerhand abgeschnitten und klebe so fest. Das funktioniert auch und man sieht den Spalter trotzdem nicht. Die beiden Klappen haben zum Glück ganz gut gepasst und sehen auch bündig aus. Jetzt kommt der Auspuff noch dran, ein bisschen fickelig. Aber wat mut dat mut, ein bisschen umgefummelt und dann passt das endlich. Sieht auch ganz brauchbar aus so. So, weiter geht's. Jetzt kommen ein paar Kleinteile, da muss ich aber etwas näher ran. Das kann ich jetzt mit der Kamera nicht zeigen, aber ihr wisst ja, wie das funktioniert. Die Kleinteile sind dran. Ja, wie gesagt, ein bisschen fickelig und das Werkzeug, das habe ich jetzt noch nicht dran gemacht, weil das will ich immer erst malen und dann festkleben. Geht's weiter auf der Rückseite quasi oder auf der anderen Seite, da ist wieder eine Menge Kleinkram und die Heckklappe. Die Heckklappe würde ich sagen, bauen wir jetzt mal ein. Die Teile habe ich mir schon geholt. Und dann nehme ich jetzt einfach wieder ein bisschen normalen Revellkleber. Ich habe vorher geschaut, also das immer machen, wenn ihr sowas klebt, ob das auch alles bündig passt. Und hier hat es weitestgehend gepasst, wobei auch dann nicht hundertprozentige Passgenauigkeit gegeben ist. Also ich müsste bei Gelegenheit auch nochmal gucken, von wann dieser Bausatz ist. Weil der, ja, ich würde das schon so auf die 70er tippen. Spätestens 80er. Und ich hoffe, dass sie bei Italeri den jetzt nicht, ja, nochmal 1 zu 1 so aufgelegt haben. Aber ich glaube, so ist es. Wer kriegt den sogar noch? Der ist in irgendeinem Set mit drin. Ich glaube, in Rommel-Adennen-Offensive oder so. Also, nein, der war nicht drin. Also in irgendeinem, ich weiß es nicht, müsste mal gucken. Da gibt es den noch in irgendeinem Set. Da kriegt man, glaube ich, genau denselben. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Naja, gut. Also die Heckklappe ist drin. Sieht weitestgehend bündig aus. Also das kann man auf jeden Fall so lassen. Und dann habe ich jetzt auch die weiteren kleinen Teile aufgemacht. Und in ein paar Blicken bleiben. Da kommt das Werkzeug hin. Wie gesagt, das mache ich erst hinterher. Okay, damit hätten wir das dran. Jetzt vielleicht eigentlich nur noch diese Außenschutzbleche. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie dran machen sollte. Aber aus dem Cover waren sie nicht drauf. Aber ich finde eigentlich, das passt halt ganz gut. Also die kleben wir auch noch fest. So, die beiden Teile sind dran. Macht sich doch ganz gut. Also mit gefällt es mir wirklich besser. Und wird bei der Lackierung auch noch ein bisschen besser zu sehen sein. Kommen wir zum vorletzten Schritt. Das ist der Turm. Hier schon, wie gesagt, mit einem Innenausbau. Der ist möglich. Aber wofür? Ich meine, sehen tut man es nicht. Die Klappen werde ich nicht offen darstellen. Dafür ist es vielleicht gedacht. Ich baue den nochmal zusammen. Hier ist auch ein Haufen Fleisch dran. Und ja, es wurde auf ein paar nötige Bohrungen verzichtet, möchte ich mal sagen. Also das Geschütze ist höhenrichtbar. Auf der einen Seite ist das Loch gegeben. Und auf der anderen Seite, da sieht man, da guckt so ein Teil raus. Also das passt nicht. Da muss ich erstmal noch ein Loch reinbohren, damit das Ganze wieder passt. So, der Turb ist zusammengebaut. Und man sieht hier, da muss überall noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Das mache ich aber erst, wenn Kleber trocken ist. Und jetzt möchte ich mich wieder kurz machen. Dieses Unterteil brauche ich eigentlich nicht. Denn, wie gesagt, ich stelle keinen Innenausbau dar. Und wie man sieht, sieht man nichts. Deswegen ist es auch völlig uninteressant, den einzusetzen. Jetzt kommt noch das Geschütz dran. Da wird vorne ein Stück abgestütten oder herangesetzt. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Habe aber mal im Internet geguckt. Und so wie es ist, von der Länge passt es eigentlich ziemlich gut. Einziges Problem ist, hier man sieht es, wirklich reinpassen, fest tut es nicht. Also das muss man jetzt gut ausrichten. Und auch gut trocknen lassen, dass das Schütz auch schön gerade ist. Dazu nehme ich natürlich wieder extra Sinn. Weil der trocknet schneller und ist für so Ausrichtarbeiten, finde ich, so mit am besten geeignet. So, mal zu investieren. Also ist gar nicht so einfach. Das muss halt ungefähr gerade aussehen. Aber das scheint auch jetzt schon direkt zu passen. Nachdem das Ganze getrocknet ist, können wir uns das jetzt mal angucken. Also so schaut es aus. Ich finde den Turm von dem Mark III für den Wallen irgendwie zu klein. Also es gibt da ja noch eine größere Version mit einer größeren Kanone. Die gefällt mir optisch besser. Aber ich habe jetzt den. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich mit den Spalten da hinten noch mache. Die einmal da sind. Und auf dem Turm sind auch noch ein paar. Aber im Großen und Ganzen ist der Panzer jetzt abgeschlossen. Es fehlt da nur noch das Werkzeug. Und natürlich der aufwendigste Arbeitsschritt, das ist die Lackierung. Aber die Lackierung sowie die Alterung, die werden wir uns im nächsten Teil angucken. Ich habe da was ganz Besonderes vor. Also beziehungsweise würde ich da gerne ein neues Tarnschema ausprobieren. Das wird euch bestimmt gefallen. Und ich sage nur Afrika-Tarnung. Das wird ein Spaß. Also meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Euer Warnserschmied. Euer Warnserschmied.